Als Jesus die fehlenden Menschen sah, die humerten und dürsteten, O Frieden und Gerechtigkeit, die suchten und sehlich Sünden, nach Leben und Versöhnung, stieg er auf meinen Kopf. Er setzte sich und sprach zu ihnen, nach Leben und Versöhnung, nach Leben und Versöhnung, mit Sitoshi-Lots 보여, nach Leben und Versöhnung, Shalom, shalom, ashray anavim, shalom, ashray anavim, shalom, shalom. Shalom, shalom, ashray anavim, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.